Servus Leute, warst du ja auch um das neue Video auf meinem Kanal. FIFA 7 steht dem Dick an. Ja, und dann werden wir auch mal trainieren und spielen, meine Fans. Magic, Magic, Magic steht ja nicht. Pass. Pass. So, ich hoffe ihr sieht was, oder schauen wir mal. Ja, ich bin nicht fertig. Ja, ich bin nicht fertig. Fast. Fast. Das war, oder? Nein, das sind ja halt nicht mehr. Komm. Alles klar. Ich bin echt gehalten. Aber es ist jetzt eine Übung, die ich besser, besser mache. Das war's. Das war's. Fast. Das war's. Ja, gut. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn. Hattest du das sehen? Ja. Was ist mit Delinario? Er hat echt keine Chance, wenn ich mir so aussieht. Ah, das war jetzt ein Tor. Urknapp. Genau, wo sie jetzt aufpassen. Scheiße. Ich bin nicht da gut. Ich habe ihn gehabt, aber es hat auch nichts benutzt. Aber ich kann ihn nochmal probieren. Ah, das war aber nichts. Nochmal. Das war auch nichts. Das war aber nichts. Also sehr gut. Ich habe ihn. Okay. Der hat. Ah, das war erstanden. Vollsehen. Also. Jetzt wird es wieder schwer. Das ist super. Und schießt der hin, bitte. Ja, ich habe nur noch Punkte. Wow. Nochmal. Aber diesmal das nicht. Na so. Wie sollst du sie immer da oben hinschießen? Endlich habe ich ihn mal. Ja, ist mehr Zeit, Mann. Ja, sieht schon gut aus. Ende, Alter. Der war schön. 12.000 Punkte. Wann schießt du dich? Ah, das war nicht gut. Ich habe ihn fast ja. Aber es war die richtige Richtung. Das zählt. Das war mein Stand. Weismäßig ist kein Torwart, aber egal. Ich habe dort sind gewonnen. Ja, weiter geht es mit. Das ist da. Ich habe hier. Probiert man sie sehr leicht. es ist dort das war nicht leicht muss ich echt mal sagen Moment, warte, ihr seht mich dann bei wie ich die, wie ich die Spieler von, 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 ja aber das Abwehr, ihr seht mich dann Es ist soweit, meine Freunde seid ihr bald, dann los Okay Benzema, habe ich Hinaido Ah fast Bay Ey den hatte ich Egal Modic Und den hatte ich auch nicht, war super Donnie Goose Den habe ich Marcelo Den habe ich auch Und Ramos Den habe ich nicht Das war schon gut, aber ich habe Es war echt nicht leicht, aber von Benzema Erste ich noch weiter Aber es wird noch schwerer Okay, das war mal leicht Rinaldo Wow Oh Oh Gut, ich habe drei Meter Anten von Rinaldo Ah, das war schwer Hab ihn Haben wir ausgeschmissen Wenn es mir aber nicht schwer Obwohl, ja von denen wir etwas gehalten Obwohl, ja von denen wir etwas gehalten Obwohl, ja von denen wir etwas gehalten Okay, ein Tor Zwei Oha, Mann Ah, der hat eine Chance noch Oha Jetzt habe ich ihn gehabt Boah Auch nicht, boah Ist echt nicht leicht, die drei Habe ich auch ihn Sehr gut Okay, meine Leute Das war es wieder mal Abonniert mich Lasst ihn leider Schreibt einen Kommentar unter dieses Video Ja Ja, das Video wendet man dann mit In einem Bautoras leider Oder mit halten Ja, und damit heißt es Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Und das ist wieder morgen Bei der Geisterbahn Tschüss